ALARM 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 Ich rufe Julian jetzt an Meine ab Meine abhebt Julian Ja? ALARM 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 Stimmt kommt er dann so richtig angepisst auf der S So Whatsapp er ruft mich auch immer an wenn ich schlafe Ist mir scheißegal Julian Julian Okay anrufen Videoanruf Dein Face So schön lächeln Warte Warte gleich 3 Ihr Arschlöcher Jetzt bin ich geplatzt Warte 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 Zitat Alter, nein, Mann, ich kann nicht mehr, Alter. Und ne Slow-Mine, Alter, komm du, ich nehm mich jetzt dran, du Arschloch, ich schieß an Spell-Gesicht, du. Ich kann nicht mehr sch... Oh, Nico, darf ich nicht. Lass mal Nico helfen. Der kommt hier rein. Oh, Nico hat den, äh, endlich, Nico, ich bin stolz auf dich, komm, ich helf dir. Ja, Mann, Alter, ich bin der King, euch, euch ratier ich dann aus. Bitte, Nico. Alter, ich ratze euch. Was? Achso, nein, die golderen Kissen sind vorbei, ich wollte sie sammeln, nein. Ist das schon wieder eins? Mann. Da waren alle vier. Alter, ich bin schon da. Was ist das, Alter? Dreh ich, ich raste aus. Ja, jetzt esse ich genau den, genau, wozu, wozu, ich bin so scheiße grad, Alter, Alarm. Was ist das für ein Bullshit, Alter, was? Was? Da ist wieder eine Dreck! Gleich mit мне, sind Sie jetzt behindert. Alter, wir schießen bis zur 7. Kugel, ist das echt. Ja, das findest lustig... Es ist noch eine. Schatz, ich flieg rein. Es ist noch eine, weh, du gehst mir. Mann, 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 Alter. Scheiße. Scheiße. Also lohnt sich auf jeden Fall vom Uridium her, he? Ja, natürlich. Passt vorhin. Platzt. Ja. Was noch? Zwei Minuten seid ihr behindert. Seid ihr behindert. Seid ihr behindert. Seid ihr behindert, Alter. Verpisst euch. Verpisst euch. 6000 HP, Alter. Verpisst euch. Ich schild hier fast noch. Niko, hier. Woher? Alter, seid ihr behindert? Oh, ja, Mann, Alter. Halt mir den Kopf rein. Du bist doch gerade rausgegangen. Ach, wirklich. Du bist doch nichtsstart. Halt, da ist schon wieder ne Drecks 지난. Ihr habt's alle Geld. Ihr müsstet ihr alle Geld haben. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Wahnsinn. Oh, das ist der 31. Boah. 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 Da geht's ab, Alter. Boah. Da knalt's. der urknall zurück in die zukunft in die steinzeit uga uga bonga hunger jetzt ist alle gelb ist wenn es nur so mal so taktisch denken würden gegner näher werden oder richtig viele auf einen haufen da sind wir alle enttarnt so ich kann nicht kämpfen weil es ein bisschen halter schaffte das immer zwei nebeneinander hinzubekommen wir kennen zeit und ich bin der phoenix und fliege über die märz wer war das satz behindert wir lassen mal kugel schießen gehen rechts unten ist der kubi du kannst jetzt mal mir du wirst vom brotten gefickt ja rappt genau boi und dann fliegt daraus lappen wo hast du denn eigentlich spielen gelernt in orbit da unten ist da da ist ein kubikon rechts unten ja genau und da ist auch einer also 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 der imperator der loch ist darauf reingefallen so ein richtiges opfer er wird packt sein leben auch nicht mehr der stirbt so halber sauerstoffzell für den jungen herren bitte sauerstoffzell ja erwin ist schwanger ein- und ausatmen ein- und ausatmen kommt pressen nicht drücken pressen geld meistens vertauscht das heißt ne wurst auf dich schliegen das ist lustig jetzt muss ich auch lachen was ist da los was wird da gespielt scheiße was ein gegner er hat den kubikon erwin guck mal das glanz gesicht guck mal das glanz gesicht welches einprotegend guck doch mal alarm ja das kristallin fliegt in die minen und es löst die minenmechanismus nicht aus ja von den drogen bist du behindert ja alter ich so ich bin weg von den ersten minen das sind die nächsten also seid ihr behindert das sind ja mehr minder als bei einer base alter ich baue jetzt hier leute kommt 36 just for fun der base alter kommt ja ich kann eine base aufbauen ich kann auch eine aufbauen ich habe alle modul ich habe ihn über oder habt ihr gelevelte module treffert nein wer levelt die module wer levelt die module und hier hat es mal überall drei raketen dinge da nichts mit schild oder so und das red modul ein rap modul haben wir an ich hau nachher rein aber laser modul sind auch wichtig du esel nein nur raketen sind total gut oder ja ich habe nur ein laser 1 modul gibt es da nicht drei auch euer 3 ich habe 2 3 aber nicht zu viele hauptsächlich raketen sind mega gut wenn das wird seid ihr komplett bekloppt wenn ich platz ist das modul draus und dann könnt ihr euch die minute hier her setzen was habt ihr hier gemacht was macht noch mit den konflikt man nach links zum kuchen sind sie alle bekloppt aber ich habe noch mal oh lol was ist denn hier oh lol ist ja voll hab ich nicht hab ich nicht ein sechzer Schildmodul ja auch noch eine oder war das oder war das oder war das oder war das ich hab doch mal irgendwas auf 16 wer stirbt der rennt dann da oben links oh mein Gott ich kann mich nicht mehr kaufen macht es bei 7 bei 7 und 5 noch ein ok ja genau laser bei 6 raketen und bei 5 noch mal ein laser ja alter was was muss bei 5 ein laser und bei 6 raketen laser ja und a und b das ist c und d ja aber ich kann schon die hände wir machen mit was ist ich war klar dass wir die nicht halten können wir du lauch tu du schnittlochbrot richtig juck dich nicht sprechen sie laut und deutlich hier im meine westen tasche da wo kein mikrofon angeschlossen ist Aber lassen wir die Minen hören wir da oben jetzt nur noch. Fliegt alle durch die Minen? Ja, kein Wunder, werden ja alle durch. Ja, hört auf in der Mitte, jetzt gehts dann nämlich los. Wer kann denn bauen? Welcher Trottel hat zwei Raketenmodule nebeneinander gelegt. Hi! Nico. Ich war das nicht, Alter. Ich hab grad mal zwei Raketen. Ne, ich hab zwei Raketen, einen Laser und einmal mein Schild. Lulian, heben sie ab, sie müssen uns einen Gefallen tun. Baseball. Blöde Schweiz. Tötet uns, wenn wir sie bauen. Ja. Er tötet uns, echt. Hä, warte mal, pennt Julian nicht? Er kickt jeden einzelnen Alter. Das ist mir scheißegal. Hauptsache Minen. Ja, macht das gescheit, macht nur einen Ausgang. Unten ist der Ausgang, weil wir minen da nochmal im Kreis außen rundherum. Aber sonst alle Lücken zu. Mach mal zwei Reihen Minen. Besten, aber Schildminen auch, gell? Alles. Erste Reihe Schild, zweiter... Oh, oh! Seid ihr bietet, Alter? Ja, bitte passt's auf, weil das ist sonst unnötige Arbeit. Oh, oh! Andi macht jetzt auf ernst. Ach, Andi. Niko macht jetzt auf ernst. Oh, Mann, ey. Ich nehm mal den Kubi mit. Ich mach immer auf ernst, Erwin. Braucht jemand Zitatel? Ähm. Alarm! Ich kann auch Zitat bauen. Alarm! Ja, nein, nein. Ich mach dann voll tanky. Ja, wär nicht schlecht, weil dann könntest du... Dann stellst du dich nämlich in der Base in die Mitte und ziehst den Schaden auf dich, wenn die die Base angreifen wollen. Mach das. Mhm. Und Rapschiff Armeen, Flo. Auf mich. Und Dennis, das passt super. Und die anderen machen Full Dämmerschaft der anderen. Was ist dein Dennis? Danke. Jetzt, was du sagst, ich hab ihn vergessen. Halt die Fresse immer. Hörte dich. Dennis. Dennis. Hollericka. Lalalalalala. Lalalalalala. Ah! Slow. Der Kristallon, seht ihr? Der Kristallon hat hier schon Respekt vor uns. Der Kristallon hält schon Abstand, oder ist zu den anderen Kindern hier rübergegangen? Schöne Namen bei den Vitaminen. Gecruised. Schöne Flo, wie lange brauchst du dich, um dich einloggen? Jetzt schäumt auf die 2, 3, 6. Hm, 2, 3, 6. Wie viele Primetimes, wie oft müssen wir die Base aufmachen? 2x oder 3x? Nein, mehrmals. Es ist keine Primetime. Deswegen mach ich die Base jetzt oft. Just for fun, hab ich gesagt. Nicht just for fun, Base. Und gleich kommt DLG, Alter. Und überhaupt, Leute. Und DLG, Deutsche Lappengesellschaft, oder was? Ja, deswegen liegen wir hier ja schon so viele Minen, Alter. Deutsche Lappengesellschaft. Das ist geil. Das muss ich mal merken, Alter. Endgeil. Deutsche Lappengesellschaft. Ja, sorry, aber den Klang gab's mal wirklich, ne? Wie lange soll ich den aufmachen? Bitte Flo, mach ganze Zeit auf was geht. 5 Minuten. Alle halbe Stunde, jede halbe Stunde. 5 Minuten, du musst einmal komplett, glaub ich, nach links drehen, oder was soll? Such dir für die Station eine Konstruktionsdauer. 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Doch. Achso, für's Aufstellen schon, aber dann machst du immer jede halbe Stunde auf. Ja. Lock den Account jetzt aus, wieder. Oh. Ey, wie komm ich hier rein jetzt? Schön, dass du das töntst. Was? Er wird die tönt, weil er wird die abschlagen. Die, ich komm dazu einiger rein. Sag nie, ich hab mich angestiftet, meine ich mal. Hi. Wut... 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 Daran so schlimm, Alter. Juckt doch keinen. Hier mit euren Minen, Alter. Du hast ein Problem damit, Alter. Ich hab 3.000 damage Minen. Alter, wer hat die Minen hier rumgelegt? Bitte, passt einfach auf. Ihr braucht doch nur stehenbleiben, wenn die... Wenn die dann nah gekommen sind, sind sie 5.000 Mal geplatzt. Echt? Jeder, der jetzt der Kreis ist zu, bleibt draußen, bleibt draußen. Ich logg mich mal aus und bau auf die Ziele. Bleib draußen, bleib draußen. Okay. Ich bleib draußen. Ja, du schaust die Abschüsse. Ja, weil sonst machen wir die Minenwand nur kaputt. Die sollen uns jetzt mal von selbst wegrauben. Dann halten wir schon mal wieder Zeit durch. Gar nicht mehr, Dennis, du bleibst drinnen. Und rappst die ganze Zeit, falls die dann durchfliegen wollen. Mit Insta und so. Ja, du, ich muss auch noch mal rein, du Hesel. Kommst dir irgendwie ran. Wer ist das denn, ey? Jetzt alle in der Gruppe? Nein, ich nicht. Ich will auch keiner. Hätten dich eh nicht eingeladen. Uh, der Kristallon möchte schon die Base übernehmen. Ich übernehme den mal hier, den ersten Fall. Kristallon, bitte abdrehen. Kristallon, drehen Sie bitte ab. Okay, Warnschüsse gehen raus. Kristallon kaputt, over. Der ist ganz ne Gruppe, alter. Nee, danke. Danke für die 58 Uhr-Niveau. Kristallon zerstört, over. Krrk. Mach jetzt nicht wie Sam John, Alter. Krrk. Krrk. Dein Fachter, alter. Ich hab mich hier angemint, ich komme nicht mehr raus. Hilfe. Ey, ISF, ohne Willens, bleib da raus jetzt. ISF, alter, komm. Ich nehm dich gleich dran, alter. Alter, ich komme echt nicht mehr raus. Oh ja, das geht sich aus, das geht sich aus. Alter, links oben wurde abgeräumt. Nichts passiert. Schaut's nicht her. Schaut's mich nicht an. Ey, Nico. Mensch, wir sind bis jetzt schon wieder reingefallen. Äh, Mine, Simon, 8. Nicht alles gut. Alles gut. Neun, ein Stand nicht, Beutz. Ich komme euch immer näher. Zum Tod, ja. Ich bleib jetzt... Scheiße, ich bin hier am Arsch. Wenn jetzt hier einer reinfliegt, ich steh... Okay, warte mal, hier komme ich durch. Perfekt. Pat, pass auf, Pat, Pat. Super, Pat. Hey, Matt, das ist ne Lücke, das muss ich gleich wieder zumachen. Warte, nicht zumachen, ich muss noch rein. Nein. Nein, du kommst nicht mehr rein. Kommst nicht. Du kommst nicht mehr rein. Du musst einfach rein schweigen. Lock dich einfach auf deiner Aegis ein und woppt dann hier. Nein, das geht nicht mehr. Das geht schon, Alter. Aegis, ihr könnt sich nur auf aller Aegis-Design um... oder? Ich weiß nicht. Halt den Schlag. Habe ich ja gesagt, es geht. Was ist los mit euch? Müsst du nur bei den Hangarhallen ausgewählt haben. Habe ich gesagt. Ich habe mich ausbessert. Halt die Schnauze. Alarm. Du bist aber so fein in den Arm, Alter. Hattest du mich Julian angerufen? Ja, 50 Mal, Alter. Ich habe ihm sogar eine Sprachnachricht hinterlassen. Mach noch mal. Mach noch eine Sprachnachricht. Julian, Alarm. Alarm. Warte, ich mache nur so eine WhatsApp-Nachricht. Hallo, guten Abend, lieber Julian. Jetzt habe ich das geschickt. Löschen, löschen. Guten Abend, lieber Julian. Wir haben ein... Alarm, bitte komm! Alarm, Julian! Hilfe! Hilfe! Over... Ja. Komm bitte einfach, Matthias. Danke. Tschüss. Schau, ich habe jetzt zwei Stand-Konfis mit Vollschild. Sind sie alle auf der B16? Nö. Lalalalala. 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 Long, 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 long. Hier draußen ist es lang. Wie geht es denn da so drinnen in der Base? Bitte einladung. Okay, du, die ISF-Leute zum Base-Definieren. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen bedrängend. Steht die Base jetzt bald? Lautet mich meins. Lalalalala. Gruppe ist voll. Boah, Alter. Fotzen, Alter. Äh, Fotzen! Ey, wir brauchen Back-In-Time in der Gruppe. Ich kicke immer einen raus. Ja, ich kicke bei denen. Ja, ich kicke bei denen. Ja, genau. Kicke mich raus, Alter. Ja, du bist schon ein Rand. Da hat sich jemand gemeldet. Da hat sich jemand gemeldet. Gemeldet, 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 gemeldet. Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. Julian war es nicht. Oh, schade. Oh, das war unsere Gruppe. Unsere Lappengruppe. Guck mal, ob Toni da ist. Der kommt vielleicht. LOL, guck mal, wo ich gespawnt bin. Sag ich doch. Echt? Wer steht? Ey, guck mal. Bin ich jetzt hier draußen? Ne, er wird angeschossen. Ne, er wird angeschossen. Das ist ne Masi-Base, Alter. Kein Wunder, dass er angeschossen wird. Nur aus welchem Film, Alter. Verständlich ist die These noch. Auf Mars-Gun. Ja. Auf Mars-Gun. So. Der Mars-Gun. Der W-Null ist wieder vorausgeschossen. Wir haben auch eine Krippe. Hahaha. Krippe. Und wer schreibt irgendwie im Chat so, wir haben Base. Einfach warten lassen. Und jede halbe Stunde machen wir aus. Je nachdem wie es läuft. Da ist eine halbe Stunde. Ist jetzt eh fast keiner mehr hier am Server. Also vorhin daher komme ich nur laufen lassen. Wie lange ist die offen? 3 Minuten. Wisst ihr, wisst ihr was das Gutes ist? Dass ihr alle drinnen seid? Was? Ich kann jetzt allein Kugel schießen. Ich kann auch einfach rausfliegen. Nein? Ja, du stirbst dir. Stell dich mal auf die Base. Nein. Nein, passt du bitte. Mach jetzt nicht alles kaputt. Niko, anstatt auf mich zu stellen, auf die Base. Hast du auch die Base verteidigt oder was? Ja. Ist ne Mars-Base. Jawohl. Ich denke Ufra, wir versuchen anzugreifen. Denkst du? Ja. Ufra schaut dann ja auch. Wisst ihr, was das Spannende jetzt dran ist? Man weiß nicht, was passiert. Ihr habt alle entschieden. Alter. Wer fliegt? Ich schwör auf Gott. Sophia kommt vorbei einmal. Ich schwör's. Wer ist da jetzt oben durchgeflogen? Keine Ahnung. Ich schau, dass die Miner... Wenn sowas setze ich Miners neu zu. Aber sonst haben wir eh einen fetten Radius, Alter. Da war T Sophia. Oben, ja. Oben ist... Ist ja... Ja. Hier oben ist... Mach zu Niko. Mach schon zu. Niko, du bist die Front, Alter. Er ist die erste Front. Hallo. Ich bewache die Grenze, ja. Ich bin der Grenzpolizist Niko. Wenn jemand kommt, frage ich den General Ausweis. Du glaubst du hier nicht. Wo ist dein Ausweis, Junge? Gibst du mir das? Was ist? Du schlägst. Komm. Zieh ab. Julian, kommst 3636 bis. Wir müssen sie verteidigen. Voll. Julian, verpasst du mal alles, Alter. Hat er da vorhin noch um 20. Ja, wirklich. Das ist ein Opfer, Alter. Warum geht er schlafen? Das Opfer. Opfer. Wann ist er noch ein Pen gegangen? Sechse oder so? Ja. Ja, das ist viel zu lang. Ich schlafe immer 5 Stunden. Ich schlafe weniger, als wenn ich arbeiten gehe. Ich schlafe 7 Stunden, wenn ich am nächsten Tag arbeiten gehen muss. Bin hundemüde, wenn ich zocken muss. 5 Stunden, 4 Stunden reichen schon wieder. 20, 24 Stunden. 5 Minuten? 5 Minuten reichen halt. 5 Minuten. Nico, hast du da draußen schon Gegner gefunden? Äh, negativ. Boah, Flo, bist mal knapp. Alter, Flo, bist wir hier. Wie viele Minuten haben wir schon der Base geschafft? 2 Minuten? Wir sind der Hammer. 3. Boah, 3, Alter. Bist du behindert. Ich hab mich aus meiner Doppelbusche laufen. Alles OP-Zoll. Komm, jetzt bleibst du da. Ich kauf dir die. ISF. Ja, ich hab die angeschrieben, dass sie kommen. Ich will aber nicht rausfliegen. Das ist schlecht. Jetzt wissen das umso mehr, Leute. Jetzt sind wir im Arsch. Warum? Können wir gleich ein Global Chat. Alter, ist der behindert? Ich bin ja am... Ich hab den scheiß fucking Chat offen. Soll ich schreiben im Global... Äh, will wer spielen? Der 109. Nein. Ey, ohne willst du der Typ, gell? Er bitte auf 1-6 kommen. Wir warten. Was macht der da, Alter? Wir haben da unsere Base. Das ist ein Feind. Ja, da ist ein kleiner... Der geht mal auf die Eier, Alter. Was will der? Hm, Griso. Ich krieg ihn nicht. Ah, ich komm hier ran! Oh! Das ist zu viel. Der kommt mir auch mit. Ja. Was, wir auch? Fuck. Scheiße. Scheiße. Ja, aber durch die Minen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die müssen erstmal die Minen räumen, bevor sie hier hinkommen. Aber... Aber hat einer gesehen, dass er geplatzt ist? Nein. Ich hab nur gesehen, wie du geplatzt bist. Uffreiß, ja. Sag ich doch, Uffreiß, komm, Alter. Ich hab's selber hier. Ja. Ja. So tarn ich mich, Alter. Was hab ich gesagt? Rechts von der Base, Alter. Rechts ist rechts schon durch. Ja, erstmal Gruppen... Ja, weil Nico da durchgeschlugen ist. Rechts... Ich bin... Unwand Disseminen in Uffreiß. Uffreiß bekommt kein Damage. Unter uns ist ein Roter Punkt. Ja, Uffreiß bekommt aber kein Damage. Wieso? Weil er MMO. Weil er MMO ist. Fuck off. Ja, aber wenn du Uffreiß... Hört mal auf zu schießen. Er schießt doch auch nicht auf uns. Ja und? Der ist hier. Okay. Katz hat das ne Mars Base Style. Na, deswegen. Tom hat recht. Na, Venus... Und unser Account ist ja noch nicht Venus. Äh, doch. Des Venus. Tom hat recht, Leute. Der Clane ist Mars. Der Clane ist Mars. Aaaah. EG? Was ein Scheiß. Offen zu ist. Ich glaube, er meldet bei unserem Fass vom... Fail, Alter. Ich bin schlagerig. Wir müssen ja schon irgendwie... Was ist okay, wie da alles durch ist. Jo, was war das? Der Uffre sitzt hier sogar auf dem TS. Na ja. Ja, eben drum. Leute. War das ein Miauler? WF liegt alle raus. Alter! War das schon erst der... Wie auch immer. Der heißt der Palen... Pranks. Komm zurück, komm zurück. Lass dich nicht ziehen. Ach, da unten ist auch was rotes. Nico. Das ist was blaues für mich. Das sind Mars, das ist Ufer. Okay. Also lass das mal. Ufer, lass mal. Okay, der Miauler schlägt über der Base. Ja, lass ihn Miauler noch spielen. Wir machen können die unsere Base und greifen mit den Kriegkampf. Nico, ich bleib... Ich bleib mit dir draußen. Ja, ist in Ordnung. Ich minh hier nur wieder die Lücken zu, die da reingemacht werden. Ja. Also ich tank den Schaden für euch. Das machst du super. Ich glaube 3,8 Millionen Schilderein. Das machst du super. Ich hab 2,3. Speed-Confi. Weiß ich auch nicht, wie... Seit wann geht das halt. Normalerweise hab ich wenig. Irgendwas packt da. Es liegt mir so viel Schild rum, weil jeder auf die Hitpoints schießt. Äh, ich bin Chris. Ich muss jetzt wieder alles besser wissen. Man muss noch höchstens 1,7 haben. 1,7. Ich hab 3,6. Ich hab 3,6. Will ja auch nicht schillen. Ja. Ja. Ich hab 3,6. Leute, wir campen da. Ufra schießt auch. Chris steht da schon wieder. Chris ist aber alle so geil. Wenn Ufra jetzt uns den Krieg erklärt wegen der Base, ähm. Dann chillen sie 24,7 weg. Nein, das machen sie nicht mehr. Wir haben das ja schon mal alles geklärt. Ufra hat grad mit mir. Ey, lass mal alle für 1 Minute ausloggen. Nein, bist du behindert, Alter? Hast du einen Booster oder Spaß, oder was? Die 1 Minute? Ja. Dann haben wir bei so vielen Leuten ungefähr einen Booster. Ah! Bei Anis. Alter, die Minen laden immer so schlecht, Alter. Wenn ich dann eine legen will. Ich flieg immer so rein, denkt man ist eine Lücke. Ach, kannst du eine Minen pro Minute legen? Leute, nehm, jetzt spielt mit mir. Ja, soll's kommen. Ich hab schon großen Radius hier gelegt. Soll's kommen, Alter. Wir werden gleich überrennt, Alter. Überrennt? Ich glaub von links, sie sind da, sie sind da. Links, 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 links. Ich bin links, ich bin links. Das ist Protegiten. Ob da jemand Kubi schießt. Ja, das ist dieser ISFler. Warum sind eigentlich so wenige nur noch in der Base? Gerade eben waren es mehr. Was geht da ab, Mann? Die haben Booster-Probleme. Achso, das sind Rechtprozise. Geldprobleme. Sie kommen, sie kommen! 400 rote Punkte. Crazy Kubi-Kong, gell? Okay. Ich bin crazy Kubi. Der Base wurde zerstört vom Clan Kubikon. Kubikons haben extra einen Clan aufgemacht, haben sich verbündet. Die fliegen sogar die Base an. Das müssen wir mal bringen, so. Einen Clan aufmachen, Kubi. Lasst ihn. Flo, Alter. Ey, Miau. Wo? In der Base. EMP-Tan. Der Gebrat. Quill. Der Ufraner. Wo ist denn der Reinkommen? Wir sind nirgends wo Lücken. Das sind Ufraner, oder? Links ist ne Lücke. Ja, PAV schießt auf der nicht hier. Lass. Links ist ne Lücke, alles klar. PAV macht Harder Cash. Die juckt es nicht. Ich rapp. Ich kann ja nicht rappen. Ups. Nein. Lass. Uf. Alter. Andi, der lässt uns. Wie oft noch, Alter. Ja, er hat aber grad mit Miau auch nicht geschossen. Nur zu, zu ihm brucht. Hab ich vorher grad 400 Mal gesagt. Ja, aber er hat mit Miau auch nicht geschossen. Ja, aber er hat mit Miau auch gespielt. Und er hat trotzdem mit Miau gespielt. Zweimal gegen zwei Main-Börse weg. Ja, dann haut sie weg. Ja, welcher Spieler? Alter, was macht ihr, Alter? Jetzt könnt ihr euch nicht mal entscheiden. Der Andi soll da in die Base gehen, Alter. Jetzt haut ihr alle die Minen weg. Was läuft mit euch? Was macht unsere Zitra da? Nico. Hoppala. Ja, was soll die Kacke, Alter. Da rast ich echt gleich raus. Was soll das von Bullshit? Alter, Arm. Jetzt ohne Scheiß. Ja, nix Alarm, Alter. Doppel-Alarm-Alarm. Halt die Fresse, Nico. Mit ISF? Ja, du hast Ziegel vom Lohn ab, die Minen, ja? Wisst ihr, was die kosten? Vom Lohn, halt die Fresse, Lohn. Ja, Lohn, Lohn, höh. Hast du denn schon sehen, wenn's weniger im Monat drauf hast? Kann man jemand von euch rüber zu ISF gehen und Stressmacher sagen, der soll aufhören durch die Minen zu fliegen? Also Mehmet und Ufa schließen wir ISF ab. Angeblich. Ja. Warte mal, die Hälfte der Minen gehört mir, ich geh mal in Lanzen-Formation. Aber nicht in der Base. Dann soll die ISF wieder rum. Deinster. Also links ist schon wieder zu. Die Lücke ist gefüllt, ich wiederhole, die Lücke ist gefüllt over. Kroo. 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 Alter Schwere. Chris willst du auch noch kommen? Ne danke. Also. Chris isch wieder, MAD, ich wiederhole. Chris is mad, OWA Kroo. 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 Alter. Hier ist ne Glück. Hörs Chris. Alter Falter. Wie am Boden rutscht und dann auch so rüber robbt. Und nachher hat das Handy leider von dem Ding, also mit dem indischen Klingel dann. Und lass doch mal, kann man hier nicht die Heizung runter trimmen? Wir schwitzen die Eier weg. Wir sind immer aufs Gesicht tropft vor den Eiern, Alter. Willst du einen Dreier haben? Ja. Kannst du mich dich dauernd anschauen? Ich habe mir einen Dreier anders vorgestellt. Jungs, ich hole mir mal was zu essen. Ich komme gleich wieder. Ja. NICO! Komm, Alarm! Bereitschaft! Angriff! Alarm! Okay, dann nicht! Fickt euch ins Knie. 오�DERMANN Chris, gehen wir morgen wieder Super-Ruf an. Können wir ja. In Arma, mit Lenkrad. Ich schließe das Lenkrad an, Alter. Ich dachte, du meinst das nicht. Ist das unsere Zita jetzt weg? Die ist fressen oder scheißen oder weiß ich nicht. Scheiß fressen, Alter. Ich kann es auch nicht erwarten. Wie lange haben wir denn die Pace schon offen? Ich glaube 12 Minuten. 16. Wow. Boah, ich hab mal wieder Chili-Konkane aus der Dose gemacht, alle das Pfeffer dran. Jungen sich alle aus. Hab ich wieder Miau kommt durchgeflogen. Brennt dann auch schon, Nico. Echt jetzt, Nico? Ah, hier draußen, er legt deine Mine nach der anderen weg. Ich werde jetzt gleich mal auf ein bisschen Stress geben, warte mal. Fliege mal hinterher. Ja, perfekt, jetzt gehe ich auf einmal drauf mit Falter. Ufa muss sich raushalten. Oh, der hat Krab, weil das ist sehr schlau von dem. Oh, Alter, bist du deppert? Der haut mir da aber ein bisschen viel rein. Oh, der hat doch ein bisschen viel noch. Mann, Alter. Ich kann ihm weiter nicht helfen. Alter. Was ist da los? Alarm? Ja. Das ist mein Handy. Alarm. 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 Bei der Handy hat Nico gehört, deswegen sagt's Alarm, Alarm. Der Miaula ist ungefähr gerade hier so. Da ist der Miaula. Der ist alleine, Alarm. Der ist alleine, Alarm. Der kommt sich nicht rein. Der kommt sich nicht rein. Der kommt sich nicht rein. Boah, Ufra. Oh, scheiße. Oh, ich habe jetzt nicht drauf gebaust. Falsche Confid war leer. Ja. Ich muss jetzt halt die Minen wieder machen. Ich bin ein schlechter Aufpasser. Ja. Ich bin auch enttäuscht. Ja, Alter, ich hasse das. Immer wenn du glaubst, beide Confid sind voll, hast vergessen die andere voll zu machen. Ist da gerade ein Ufra geplatzt? Ja, der ist geplatzt. Ey, wir räumen alle unsere Minen weg. Niko, du musst schnell die Minen aufbauen. Ja, ich bin hier gerade am rappen. Ich bin schon unterwegs. Kommt Mio. Niko. Wir wollen wegschießen. Mio schießt auf unsere Base. Wo? Rechts, über der Base. Ufra schießt auch. Okay, Ufra wieder. Der zieht nur, der zieht nur. Lass weg. Oh, Shiro Yasha, Alter. Lass weg, zurück, zurück, zurück. Wir brauchen unsere Zeta-Ips. Und der Ufra, meine Rache hat quasi so eine Art Warnschuss gegeben. Alle wieder rein, ich bin hier wieder zu. Wenn die Base sowieso auf der U gestellt ist, werden sie abgeschossen. Keine Gnade. Ja, werden schon wieder aufgefüllt. Nur mit der Ruhe. Uh, uh, uh. Ja, Ufra, jetzt bist du in der Base gefangen, eingesperrt. Die wollen nur das ISF. Ja, die schießen ISF weg. Toll, Alter. Da geht's ab. Bei mir, ne? Ja, Alarm. Flo. Der Ufra sammelt bei meinen Bonus-Boxen hier draußen weg. Die ist weg. So. Sollten ganz viele zu euch kommen, legt's den Fis-Zier-Min. Dann macht's ihm mehr Schaden nach außen zu. Ihr müsst ihr nicht weg von der Base. Ey, kannst du ihn dann auch? Nee, ne. Alter, wer legt die jetzt hier in der Base? Legt dann nicht hier rein. Der Ufra legt die. Das nächste Mal schieß ich den weg. Ja, wenn ein Ufra bei euch in der Base drin ist und nehm ihn euch rein, dann schießt ihn ab. Ich mach das auch gleich, Alter. Wenn Chiro ist schon so dumm, ey. Genau, den Namen merken wir, das melden wir denen da drüben. Chiro. Ich kann dem aber WhatsApp schreiben, er soll das unterlassen. Ich könnte da Freundin schreiben, Alter. Alter, Alter, Alter. Ja, also da kann ich hau schreiben. Ich bin kalt. Ich bin weg, ich bin weg. Alarm. Oh, wo ist der Chiro? Der ist in der Base drin. Chiro und im Zauberland. Wir gehen die Mine langsam aus. Ich glaub noch 7900. Der scheiß Kristallon, Alter, der übernimmt die Basis. Ich bin der Grenzwärter, nichts kommt hier rein. Aber alles kommt raus. Aus deinem Arschloch auch. Puh, ich hab gedacht ich hab hier ne Lücke gefunden, aber nein. Weiter komm ich nicht. Nico, leg mal Vitamin über die ganze Map. Das alles voll ist. Ja schon, das müssen wir einmal machen. Bis zu den Gates. Wir machen so ein Labyrinth aus Minen. Dem Ufra flieg ich jetzt mal hinter, wenn der nochmal in eine Mine ranfliegt, Alter, knall ich ihn weg. Andi ist verreckt. Ne, ne, ich hab was geklappt. Ja, ist wieder da. Okay. Ich schwöre ich will essen, Mann. Bleib in Ruhe. Ich will essen, Mann. Mein Döner wird kalt. Was ist der Döner? Mein Döner. Na ja, da hat er keine Ärger. Der will immer wegziehen. Da ist der Miauler, wenn es ihn interessiert. Ja. Hab ich schon gesehen. Da ist eine Lücke. Grüß, Andi. Es gibt keinen Weg hinein. Oder hinaus. Ach, Cedric. Was ist der Döner? Wie bist du mit deiner Falter, Junge, Alter? Wo? Da ist eine Mine. Das ist Cedric, der Credible, oder? Ja. Ja. Hat das den großen Account nicht mehr, oder wie? Keine Ahnung. Das sind tausende Accounts. Naja. Also die Bs müsste ja bald schließen, oder? Schon, erste halbe Stunde. Keine Ahnung. Held Minuten, ja. Dann hauen wir R und DP-Booster ran, machen kurz eine halbe Stunde, alles geht. Mach ma. Ey, Kubis schießen. Aber hier haben wir in der Gruppe nur zwei Hades. Hades? Hier haben wir. Ich hab zwei still. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Aber die andere nicht. Ja, eine kann sich doch wohl schnell zwei klicken. Ich hab irgendwie ein 2-3 roter Punkt in der Base. Ja, es ist... Ich fange in die Termine. Leg der Ding im Screen. Wen hast du da im Clip, Flo? Rief Major. Ja. Ich bin hinterher. Ja, okay. Im Jau liegt sie im Minen drin. Ja, wahrscheinlich haben die ja Cons gehabt, die da eingeloggt waren und da base. Deswegen sind die drin gewesen. Mensch, ich komm mal raus. Ne, wo ist denn Niko? Ja, vor allem Niko ist draußen. Der ist aber nicht mehr in der Base. Aber okay. Niko ist da oben. Niko ist draußen. Diese Logik, Alter. Wie hieß denn auf den? Da hab ich in mein Auge gehabt. Wer ist denn hier Stern des Südens? Ist der nicht TS oder so? Nein, der ist nicht TS. Nein, der ist nicht TS. Ja. Ja. Er ist der Stern. Nicht durchfliegen, du Pio Fauler, Alter. Ist das echt? Bleibt er das nächste Mal draußen? Der ist noch so nervig und fliegt wieder rein, ne? Ja. Ja, kann trotzdem nicht wegschießen am BND. Ja, nein. Ja, ich hab meine Güter. Da draußen, Alter. Heiß, Glückwunsch. Danke, Babe. Witze, Babe. Diese Liebesansprüche hier. Oh, ne Witze. Geil, danke. Chris, warum liegt hier Stroh? Was? Warum liegt hier Stroh? Bist du Schwarz? Ja. Bist du Schwarz? Weil... Niko ist da schön am Feiten. Bist du auch bevor er ihn im Lock hat, Alter? Eben. Ich werde dann Chips fressen. Weiß er ja wen. Alarm, Alter. Der lacht jetzt so behindert, Alter. Niko ist im Kampf. Niko, schaffst du? Ich geplatzt. Alter, nice. Oh, Niko, nice. Oh, na? Er hat halt mit... 1,5 Fingern Schäden eingekommen. Was? Willst du mir irgendwas erzählen? Ja. Mhmm. Lass mal die Finger weg von Ufra. Lass ich bestimmt nicht. Ich hab mit Julian gesprochen, du hast dich gemäht. Ja, passt. Ja, ich hab's schon gesehen. Okay, der Wald bescheid. Jetzt ist er geplatzt. Wer? Ja. Ja, der... Typ, dieser Ass ab. Hast du ihn angemaut, oder was? Ja, ich hab ihn angewufft. Alter. Hier oben? Ich wär hier oben jetzt fast gestorben, weil hier noch eure ganzen Minen liegen. Was? Was da? Ja. Schau, jetzt fangt wieder an. Ja, hat jetzt der Schutzring geladen und hast alles gezogen. Ja, das nennt sich fördern. Aber egal was ich mache, immer... Komm noch mal. Scheiße. Jetzt will ich schreiben an meiner Kurve. Fick dich jetzt. Lass mich in Ruhe. Ja. Aber egal was ich immer mache... Warte mal. Egal was ich mache... Sobald ich gewinne, war es unfair. Ja. Arschlöcher, sowas was passiert. Aber egal was ich mache. Ja, wirklich, egal, gegen wen ich gewinne, ja, gegen den ziehen oder sonst irgendwen. Sobald ich gewonnen habe... Komm, du ziehst ihn trotzdem. Alter, ich jump jetzt hin und her und verarsch ihn ein bisschen. Mehmet schießt jetzt auch auf uns. Ja, pass ihn. Wer schießt jetzt auf uns? Der Vollidiot ist wieder zurückgejuckt. Ich glaub, der hat sich eingeloggt. Ja. Nee, der ist hergejumpft. Wer hat sich verklickt, Lan? Der Typ ist hier falsch. Hallo, bleib mal stehen. Der ist geplatzt. Der ist geplatzt. Nicht geplatzt.